Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Faktorio Fast Vanilla. Ja, das Fast hat sich jetzt noch ein bisschen mehr geendet, denn es sind noch ein paar Mods dazugekommen. Und schon mal vorab, vielen Dank für die Informationen. Ich habe nämlich jetzt, dass ich es jetzt mal hier und in dem Video sage, weil das Video werdet ihr eventuell eher sehen als die anderen. Ähm, dass wenn zum Beispiel, mir wurde geschrieben, ja, nimmst du die Tonspur, die Musikspur überhaupt mit auf? Die ist nämlich so leise, dass man es sozusagen nicht hört. Beziehungsweise, ich habe es erst wirklich gehört, als ich mein Headset voll aufgedreht habe und ich dann wirklich mal still war, dann hast du die Musik gehört. Ähm, ich bin halt momentan noch kräftig beim Einstellen. Denn, wie gesagt, ich warte, ich freue mich über jede Info, dass ich es mitkriege. Und wie gesagt, wenn ich das sofort lese, höre, dann ende ich das aber auch ab. Dasselbe ist auch mit der letzten Folge Skyblock oder mit der Folge 23 Skyblock. Da war auch immer der Ton weg. Ähm, ich habe den Ton gehört. Und kräntet war der Ton weg. Super. Ähm, ja, aber ist halt momentan leider so. Aber ich bin momentan beim Einstellen. Ich will mich ja verbessern. Dass es auch, äh, dass ich dann auch mit dem Ton mehr spielen kann. Ähm, ja. Das, äh, nur mal schnell als Vorwort. So, äh, was wollen wir heute in der Folge tun? Wir wissen es nicht, wir tun mal. Ähm. Ähm, wir haben. Ich habe hier schon mal was. Da oben sind die ganzen Öfen. Genau. Genau, ich habe schon angefangen, die nach unten zu bringen. Äh, die Kohle wird auch schon verarbeitet. Und das ist automatisch. Das gefällt mir. So, ziehen wir mal hier ein bisschen die Platten raus. Gehen wir mal schnell noch Erze holen. Ist halt leider noch, äh, der Anfang. Muss ich halt noch mit der Hand machen. Schaut's drohmäßig aus. Wir können bis zu 10,8 Megawatt herstellen. Und 6 Megawatt werden momentan gebraucht. Oh man, Inventar ist voll. Das gefällt mir. Und einige sagen, wieso gefällt dir volles Inventar? Ja, volles Inventar heißt, ich kann die Öfen da oben auch anschmeißen. Ja, wobei, so viel ist es leider gar nicht. Das heißt, ich lege jetzt erst mal die Platten ab. So, erst mal hier das alles rein. Dann habe ich da schon mal Platz. Da kommt jetzt als nächstes die das Stein auch noch weg. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit immer nach oben renne, um die Platten zu machen, weil das Ding wird ja auch irgendwann jetzt demnächst befüllt, reißen wir jetzt den Käse schon mal ab. Dann brauche ich nämlich nur noch hochrennen, wenn ich Kohle brauche. Und das dann auch nur so lang, bis alles soweit ist. So, dann hätte ich gesagt, wir nehmen die Öfen. Muss ich nur aufpassen, wo sie am besten hinklatschen. Dann macht am meisten Sinn, dass ich sie hier reinhau. So, Kohle habe ich auch noch dabei. Kommen wir auch gleich. Dann haben wir jetzt noch eine Kiste übrig. Und die Kisten arbeite ich jetzt von oben nach unten. Da kommt Kohle rein, Stein rein, Kupfer rein. Oh, ich laufe gleich mal da hin. Und mache den Rest auch noch raus. Dann vergesse ich es nicht. Weil sonst ist irgendwann die eine Kiste nach drei Sekunden voll. Und ich wundere mich, warum. So, wir machen als nächstes jetzt gleich mal den Projektilschaden. Oder auch nicht. Ah, genau. Dieser Mod ist nämlich noch dazu gekommen. Die Reverse Factory. Aus dem Mod Reverse Factory. Wow. Wieso kann ich dich nicht erforschen? Okay. Da ist noch irgendwas offen. Ist egal. Wir machen erst erstmal die Reverse Factory. Das heißt, ich kann das Zeug, was ich nicht mehr brauche, wieder zurück die Erze draus machen. Jetzt bauen wir mal gleich die Öfen ab. Und ich sage auch noch gleich was dazu. Welche Mods, das ich jetzt noch dazu gepackt habe. Das ging mal fix. Kohle rein. Danke. Eisen rein. Da kann ich schon mal arbeiten. Dann kann ich mir auch gleich eine Kiste bauen. Brauche ich nicht da hin. Meistens Eisen rein. Und jetzt kann ich auch die Forschung starten. Gerade ging es nicht. Wollt ihr unbedingt, dass ich Reverse Factory mache? Keine Ahnung. So, dann bauen wir mal die ab. Ah, ich merke schon, das ist eine Stahlkiste. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann dich gleich mal da unten reinpacken. Tausch dich auch gleich aus in die Stahlkiste. Weil ich dir auch da unten jetzt entlernen will. Beziehungsweise dich baue ich gleich mit ab. Und solange die da, also der da, da kann ich drauf warten. Danke fürs Gespräch. So, das heißt jetzt, ich drehe ich jetzt, die drehe ich jetzt alle. So, bin ich jetzt im Weg. Das heißt, wir drehen. Jawohl. Passt. Wir drehen. Und wir reißen ab. Können wir noch einstecken. Genügend. Dann kommst du da hin. Kommst du da hin. Gut. Brauchen die auch wieder. Und jetzt ist die Kiste auch voll. Das heißt, ich baue mir jetzt noch eine zweite Stahlkiste. Und ich mache es jetzt auch dann anders. Und zwar, ich möchte dich dann doch haben. Dich hier. Und entleere dich gleich. Gut. Dann. Hätte ich gesagt. Komm, nicht geizen. Kohle, Stein, Kupfer. Passt. Stahl. So, auch gleich die Eisenplatten wieder loswerden. Braucht Platz. Wenn ich jetzt das ganze Graffel rum setze. So. Als nächstes kommt der Stein. Schauen wir mal, wie viel das wir noch drin haben. Ah, da sind auch schon wieder zwei leer. Wie gesagt, will ich hier momentan sogar erreichen. Und dann heißt es, du kriegst gleich mit. Da kommst du auch noch gleich hin. Passt. Ja, und vielleicht, wenn ich noch die restlichen Kisten mit ausleere. Passt sogar noch mehr. Ja, wir wollen ja da vernünftige Möglichkeit haben, in die Materialien ranzukommen. So, das heißt jetzt Stein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Anbau ich noch schnell. So, da rein. Aber in die Kiste. Und weg. Woher noch Kohle. Was, wir haben jetzt sogar einen mehr. Kohle haben wir auch gleich dabei. Perfekt. Und ab geht's. Kann der auch gleich arbeiten. So, ich will ja, das ist ein bisschen kompakt. Dass wir ja nicht die ganze Zeit 3 Kilometer laufen müssen. So. Haben wir jetzt die Kohle da auch. Nehme ich mal die ganzen Eisenplatten raus. So. Und ich hätte mal gesagt, 2000 entfernen wir mal aus dem Inventar. Dann haben wir nämlich schon mal eine ordentliche Stahlproduktion. Aber ich bin nicht ganz eisenblank. So, weil Zahnräder müssen immer laufen. Und diese Bänder naja, die sind wichtiger. Weil die brauche ich auch jetzt dann für die grünen Forschungspäckchen. So, habe ich überhaupt noch eine Möglichkeit? Ja, habe ich. So, da kommst du dahin. Und du baust mir jetzt erst mal nix. Aber du machst mir die grünen Forschungsdinger. So, und als allererst und dann auch noch als nächstes bauen wir mal die Reverse Factory. Die packe ich jetzt mit hier hin. Neh, also das heißt jetzt zum Beispiel habe ich habe ich nicht schon die Kiste irgendwo rumflacken wo ich gesagt habe da ist Müll drin. Ja, ich kenne mich. Habe ich bestimmt auch hier schon irgendwo hingepackt nur ich weiß nicht mehr wo. Weil ich normalerweise immer am Anfang Sachen baue die wo man dann irgendwann nicht mehr braucht. So, der ist leer weg der ist leer weg der ist leer weg Ich baue das gleich auf was gemacht ist ist gemacht Danke Oh, ich habe wie es aussieht hier wirklich keine Kiste rumstehen So vorgleich kann ich doch gar nicht gewesen sein Doch Habe ich zum ersten Mal gemacht und gedacht äh äh Ich sehe das dann irgendwann streibe ich über die Kiste hin Nee, doch nicht Ah, ah Okay, doch Scheiße Die kostet ja normalerweise Burner Electric Der kostet uns eigentlich einen Schmelzofen 5 Eisenzahnräder und 8 Eisenkomponenten Ich weiß gar nicht ob er das überhaupt zerlegen kann Und ich kriege es jetzt sogar 1 zu 1 zurück Sind wir nicht Recycling-Weltmeister Finde ich schon, ne Klasse Ah, und jetzt brauchen wir jetzt irgendwo in den Müll feuern Sondern Ja, kann ich nicht mehr gebrauchen Ab Weg Wieder zurück zum Ursprung So soll die Kreislaufwirtschaft funktionieren So, dann haben wir jetzt dann hier ja äh unsere äh schönen Fläschchen Da habe ich jetzt gerade mal 63 Ah, okay 151 habe ich jetzt Das heißt da kommen jetzt meine Ne Da haue ich jetzt die 331 rein weil da brauche ich mehr Äh Da werde ich auch massiv brauchen Und da auch So, jetzt habe ich hier 481 übrig Dann packe ich dich da schon mal rein 241 Und die 151 auch noch rein Dann laufen jetzt schon mal zwei Stück Und ich muss immer gucken dass die die Lämpchen eigentlich immer grün sind Die hier Ja Heißt ist es was äh äh der läuft momentan nicht Rot heißt mir fehlt Material sonst könnte er laufen Gelb heißt äh ja es fehlt halt Material So Mauern auch gleich wieder weiter laufen lassen Ich auch weiter laufen lassen So 123 Fast Laufen So Dann kann ich nochmal schnell über die Mods reden Äh Ich habe nämlich noch äh ein paar Mods mit reingepackt Äh weil ich nämlich äh gemerkt habe weil ich äh Ich bin nicht allwissend Ähm Ich habe mir sozusagen noch eine Testweb äh nebenbei im Laufen wo ich halt ein bisschen für mich dann noch zocken kann und mich halt auch gleich noch weiterbilden kann dass ich euch nicht nur Käse erzähle und ja wieder voll ist gut und äh dass ich halt wie gesagt nicht nur euch Käse erzähle äh ist es ja dafür da und dann habe ich gemerkt ja also die Basis ne also groß ist super also mich greift kein Viech so schnell an weil die äh so weit weg sind äh dass die noch einen Monat brauchen werden bis die überhaupt merken ah mich gibt's aber dann zwar bestimmt lustig wenn sie es dann merken ah mich gibt's aber äh und äh dann sind die Reichweiten aber sowas von extrem habe ich gesagt es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben äh die Map zu erkunden und die gibt's und es muss noch eine andere Möglichkeit geben zu sagen okay ähm ich möchte nicht nur die Eisenbahn ausnutzen sondern noch eine zweite Möglichkeit und die haben wir die haben wir sowieso hier jetzt rein müssen und zwar ich habe hinzugefügt äh ich hoffe dass ich es jetzt finde vor für Effekt ja genau da haben wir den ersten Cargo Chips also das heißt ich habe jetzt auch die Schiffsmöglichkeit dabei äh und wenn man halt äh Wasser und und noch Tiefenwasserfüllung den habe ich auch noch mit rein das heißt ich kann auch noch Wasserkanäle machen habe ich aber gemerkt dass das auch schon hier mit dabei ist und äh wenn man natürlich die eine Möglichkeit hat mit äh unten und Wasser hier sieht man die großen Schiffchen finde ich cool äh muss natürlich auch noch die zweite Möglichkeit mit rein aber die kommt auch sehr sehr spät sehe ich gerade wirklich sehr sehr spät oder ich habe es jetzt schon drüber äh die Raven die ist Raven Moment kann doch nicht sein dass die Raven äh das erste ist was ich bauen kann also das Aufklärungsflugzeug habe ich mit drin also sind Flugzeuge jetzt auch noch mit da genau erweiterte Aerodynamik muss ich dann lernen und dann kommen halt noch Flugzeuge und äh hast du nicht gesehen und Helikopter sind glaube ich auch mit drin wenn ihr zum Beispiel den Mod kennt ähm wie heißt der überhaupt sehr schön weg sowas brauchst du nicht verraten äh Aircraft ja komisch wieso könnten Flugzeugmod Aircraft heißen ich weiß es nicht ähm ja äh falls ihr sagt ey da gibt es da gibt es richtig geile Flugzeuge noch äh die sind die sind ganz witzig tu die mit rein halt rein Kommentare fau ich mir an wenn es mir gefallen ist mit drin wir spielen ja nur fast Vanilla ich weiß Running Gag in der ganzen Staffel so wir nehmen das mal raus von einigen natürlich kann ich halt leider nicht fragen aber wie gesagt wird jetzt auch immer wieder kommen ähm wenn jetzt die Musik hoffentlich jetzt schon ein bisschen lauter ist wie gesagt bin jetzt sogar um äh drei Dezibel nochmal nach unten gegangen ähm gefällt euch so eine Musik im Hintergrund oder wollt ihr eher ruhiger oder sagt ihr passt oder teilt mir in die Kommentare interessiert mich wie gesagt wenn es zu laut zu leise ist auch reinschreiben ich versuche nämlich da wirklich jetzt dann auch extrem zu verbessern dass das halt äh ja auch angenommen und äh verarbeitet jawohl so ähm jetzt hat der Kollege hier aber schon mal die grünen Fläschchen gemacht sind schon die ersten 18 am Laufen äh 107 Stück dann mache ich auch gleich die draus da brauche ich jetzt Platten kommen gleich rein jetzt muss ich mal ja super ich habe die Platten natürlich nicht raus aufgefüllt habe ich aber Platten raus nö warum und ich frage mich ja ich frage mich schon lange hat der noch alle Tassen im Schrank nein eine steht zum Beispiel vor mir da habe ich nicht mehr alle Tassen im Schrank äh ja das heißt auch hier welche rein dann hätte ich gesagt wir machen jetzt mal die Maschinen gehen wir mal hier runter davon 90 ja ist egal 125 125 passt so und dann ändern wir das und dann hauen wir hier auch noch Zahnräder rein auch Zahnräder wie wie Sand am Meer das ist ja Wahnsinn so äh wir haben ja beim letzten Mal gut dass ich mich noch dran erinnere äh gesagt hier kommt der Bahnhof hin Bahnhof ist noch Zeit ne aber die Main Lane 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 sage ich immer Lane ich spreche richtig aus ähm hier kommt ja die ganzen Steinkupfer Eisen Stahl das heißt ich brauche jetzt noch mal eine Fabrik denn was sehr wichtig ist ich brauche Öfen ja davon sehr viele und die lasse ich jetzt komplett in Öfen aufgehen wenn ich jetzt auch noch T drücke ne und was forschen lasse dann geht es da auch weiter man wird es kaum glauben ich habe so blöde Ideen äh so die 66 Stück die hauen wir gleich mit rein das sind jetzt fast für jeden 17 und ich gehe jetzt gleich mal hin und gehe mal aufs Militär 2 weil das kann man immer wieder machen wenn man wenn ich weiß was ich machen soll kann ich das laufen lassen so Zahnräder laufen ja schon Zahnräder raus wie schaut es hier aus da sind jetzt die nächsten 339 Stück fertig perfekt das heißt oh der ist noch nicht durch perfekt ich gehe mal was weg ähm ähm und am besten warte ich jetzt drauf dass die dann fertig werden hm hm zuzutrauen wärs mal gleich rein pulvern auch gleich das Eisen mit da rein schmeißen so dann ziehen wir das mal raus so dann ziehen wir das mal raus so das sind jetzt schon mal 1000 Flaschen was da laufen wollen wir schon erstmal nicht mehr drum kümmern jetzt habe ich noch 39 Stück nochmal 150 wie gesagt der muss ja auch laufen wobei hier die Greifer das Not Ding ist so wie viele Öfen haben wir denn 49 49 das Schlimme ist die Greifer brauche ich jetzt auch ein paar machen wir mal 28 so meine Mainlane ist da ich muss aber dran denken ähm Bahnhof Lager ist ja hier zuerst habe ich ja glaube ich beim letzten Mal habe ich ja glaube ich drüber geredet und darf nicht vergessen ähm schon ein bisschen wieder her ähm dass ich den Bahnhof unten hin machen will kann sein dass ich ihn jetzt auch mittig setze dass ich dann die Erze hier unten rein verfrachten lasse und dass ich dann hier rüber gehe unterirdisch denn ich möchte eigentlich gerne die muss ich jetzt auch noch bauen machen wir auch gleich so das heißt jetzt für mich ich brauche die unterirdischen Fließbänder der zweiten Generation das heißt ich brauche dich gut brauchen wir Stein und wir brauchen Holz das jetzt auch noch vergessen hätte ne komm mal rein Platten Zahnräder weg weg ich will auf jeden Fall drei Stück haben haha okay ähm ich fange mal mit dem zweiten an weil das macht mehr Sinn beziehungsweise was noch viel mehr Sinn machen würde vielleicht weg machen ist äh wenn ich schon Platz habe auch mal gleich die Mauern mitnehmen ich bin mal gespannt wie oft dass ich das da unten umstelle also sobald ich halt merke zum Beispiel dass ich diese Reihe gar nicht mehr brauche äh rutscht das halt alles runter oder rauf oder wie auch immer ähm ich wollte ich kann mich erinnern nein ich kann mich erinnern ich wollte eine Steinwand haben so weil ich bin mal einer der wo sagt okay wenn ich Dinge einmauer dann ist es mir erst mal ein bisschen egal ob die Viecher durchkommen oder nicht das heißt ich habe noch einen kleinen Schutz vor allem wenn ich mal äh nicht da sein sollte weil ich gerade irgendwo äh rumflitze äh habe ich dann halt äh noch eine gute eine gute Zeitspanne Zeit dann wieder zurück zu kommen die Mauern sind ja auch besser so dann heißt es jetzt für mich ich mache das jetzt einfach mal provisorisch wir haben einen Ausgang wir haben Öfen halt wir haben ein Knickarm wir haben den Ofen wir haben wieder einen Knickarm ich habe das Band so das mache ich jetzt auch nochmal hier Band Knickarm Knickarm Band Ofen so jetzt habe ich drei drei habe ich hier frei das heißt wenn ich jetzt dann dich nehme also das ist ja das das ist ja das schöne nehme ich das zum Beispiel dann schiebe ich schon mal einen rüber dann habe ich hier schon mal einen dazwischen jetzt hier auch nochmal einen dazwischen jetzt habe ich halt eine Lücke dazwischen aber das sind jetzt vier dann hätte ich gesagt machen wir es doch ganz einfach wir machen es so so und das heißt ich habe es dann hier vier frei das heißt ich habe jetzt dann auch hier vier frei dann kann ich das jetzt wieder ausschneiden gehe hier hin reiße die zwei Öfen einfach mal ab und schiebe die Öfen nach oben ich habe das jetzt schon mal ein paar mal probiert ich habe das nur mit einem Band laufen lassen das Problem ist nur das reinlaufen irgendwann stockt es und so habe ich die wenigstens zwei Möglichkeiten mit 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 zwei Stück ich bin nur gerade beim nee macht keinen Sinn weil ich müsste ja nochmal zwei vier zwei vier sechs Stück frei kriegen ich habe ich hätte zwar sieben frei aber nein müsste so reichen so wir haben es jetzt auf jeden Fall schon mal so das heißt jetzt für dich du gehst raus du gehst raus du gehst rein du gehst auch rein das ist jetzt das was wir haben so heute und kopieren dann hätte ich gesagt lassen wir das so dann haben wir ja jetzt den Untergrund und dann hätte ich gesagt kommt das wieder weg das heißt hier kann ich Blödsinn machen ja zweimal Blödsinn machen einmal reicht nicht so dann machen wir das da da kommt es dann habe ich jetzt dann keinen Eingang mehr da habe ich jetzt dann nur noch meinen meine Aufstellung so habe ich jetzt sogar dreimal Blödsinn gemacht das ist doch schön und hier zu machen dass ich oben und unten mein Eingang und alles ist gut okay dann wären wir ja am Anfang wobei wie weit wie weit bin ich davon weg gar nicht so weit machen wir gleich als nächstes Strommasten der nächsten Generation weil dann kann ich das auch gleich richtig machen und die sind auch rausgelaufen passt schön und gleich gucken versuchen lassen die laufen zu lassen bis ich das automatisiert habe sind wir ja gerade schon dabei die Grundstruktur aufzubauen danke so wenn das jetzt alles läuft kann ich das jetzt wieder rausziehen da kann ich auch rausnehmen ja und ich produziere momentan zu wenig Eisen dass ich eine vernünftige laufende Stahlproduktion hätte dann müsste ich halt dann doch hier mehr zum laufen kriegen okay dann heißt es jetzt Zahnräder müssen ja genau Zahnräder müssen laufen dann machen wir es mal aus selbe auch hier hier Kupferkabel bei Schaltkreise müssen laufen auch Eisen Waffen müssen auch immer laufen da habe ich ja gesagt da brauchen wir nicht mehr drum kümmern darum schaue ich mir jetzt erstmal nach so ich habe jetzt 500 das heißt ich nehme jetzt die 134 und die Hälfte und den habe ich auch gleich gelöscht weil ich es kann und du lässt auch gleich so dann kommst du da rein weiß ich auf jeden Fall wo das Zeug ist so jetzt habe ich 26 Stunden einstecken schauen wir mal wie weit das er kommt und ich sollte bis ich fertig bin mit dem Bauen hier hier mir noch offen lassen dass ich da schneller hinkomme und dass diese Robbys nicht die schlausten sind hat man auch gerade gemerkt so das Schlimmste ist eigentlich am liebsten geht ich sogar schon rote Bänder verlegen vor allem in der Mitte aber keine Chance gerade so das heißt jetzt die die gehen auf jeden Fall nach oben und dann geht es da hin kann ich hier auch machen dann laufen wir nach unten und jetzt warten wir noch auf die Forschung das werden wir in dieser Folge nicht mehr schaffen sehe ich gerade ich hätte aber mal gesagt schauen wir mal schnell wie viel Kohle das wir haben wir haben 3000 Kohle einstecken und der nimmt jetzt nur die Hälfte die 3000 Kohle sind weg und die sind nicht mehr voll also das wird richtig 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 Kohle fressen hab ich ja ich bin wenigstens so in der Glend gewesen und hab da auch gleich Überschuss mit laufen lassen ich muss nur dran denken dass ich die Kohle mit auch auf die auf auf die Mainline leg 6500 haben wir noch also ich finde das ist ganz schön heftig was jetzt da an Kohle weg ist das ist jetzt eine eine einzige Verarbeitung davon haben wir irgendwann Minimum 4 Stück Lauf Stahl bräuchte ich eigentlich nicht so stark ich bin sogar beim überlegen ob ich dann Stahl einfach auf die alten Öfen laufen lasse und dann die irgendwann auf die neuen Öfen umstelle habe ich auch schon da das ist eigentlich auch eine der nächsten Forschungen und ja wenn ich da nicht nachlege über die Forschung nie fertig laufen tun sie perfekt auch weiter so das heißt wir haben wir haben die erste die erste Linie sozusagen fast aufgebaut halt aber nur fast das machen wir auch noch Pusharm Bau gibt es bei mir nicht oder doch keine Bänder mehr das lustige ist am Anfang kennt man ja ne ist ja immer so am Anfang hast du zu wenig und irgendwann weißt du nicht mehr was du mit dem Scheiß machen willst ich bin jetzt gerade beim überlegen ob ich jetzt so eine Art Zwischenpuffer mit hier rein baue aber ich hätte gesagt macht am meisten Sinn bis das sauber alles läuft das heißt die kommen da hin und ich brauche noch mal schnell Greifis zwei Stück brauche ich auf jeden Fall kommen noch mal drei so es können da auch bis zu 209 Stück laufen und da laufen auch noch über 400 alles alles gut glaubt mir die sind schneller weg als es mir lieb ist ja und ich habe gerade gemerkt auch die Greifer sind schneller weg als es mir lieb ist da waren die Robbys nämlich schneller als ich hey ich kann da was bauen danke tschüss da ist das Loch ja ja man darf nicht von Intelligenz ausgehen so da kommst du hier hin und bis nach unten auch nach unten erstmal das wird ja irgendwann dann sozusagen über wieder geregelt und dasselbe Spiel haben wir auch nochmal da oben machen wir noch als aller 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 letztes noch einen Mod zum Laufen bringen habe ich den schon da den Kistenverbinder jetzt gehe ich dann einfach hin und markiere diese zwei Kisten und jetzt hat er aus zwei einer gemacht das heißt ich vereine jetzt hier die Stränge also wenn jetzt der schneller arbeitet also oder der nicht so viel braucht wie der kommt es trotzdem in die Kiste und das ist nur eine Pufferkiste das heißt für mich nichts also das heißt wenn ich mal irgendwann Ärzte brauche weil sie schön sind und ich mir einen neuen Fußboden verlegen will dann mache ich eine Kiste aufmachen so und das da kommt noch da hin dann geht es nach unten das heißt wir haben jetzt dann hier rein da raus und äh ja in der nächsten Folge haben wir dann hoffentlich auch Stromnetz und dann hätte ich gesagt sind wir auch für die Folge durch also wie gesagt wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt schreibt sie bitte in die Kommentare ich freue mich drauf ich werde die auch fleißig lesen und äh beantworten in der Folge oder gleich im Chat oder in den Kommentaren halt nicht im Chat genau und ja wenn dir heute die Folge gefallen hat lasst doch mir einen Daumen nach oben da würde ich mich super drüber freuen vor allem der YouTube Algorithmus auch und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal bis dahin tschau 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 tschau